Guten Abend, meine Damen und Herren, zur aktuellen Kamera. Am heutigen 1. Mai, viereinhalbstündiger Aufmarsch von über 700.000 Berlinern für Frieden und Sozialismus. Erich Honecker und weitere Mitglieder der Partei und Staatsführung auf der Tribüne herzlich begrüßt. Große Maidemonstrationen in allen Bezirken der Republik. Machtvolles Bekenntnis zur Lebenskraft des Sozialismus. Berichte von Maikundgebungen im Ausland. Soweit der Überblick. 1. Mai 1989 in der Hauptstadt. Die Berliner begrüßen den Generalsekretär des Zentralkomitees der SED und Vorsitzenden des Staatsrates der Deutschen Demokratischen Republik, Erich Honecker. Applaus Die Berliner begrüßen den Generalsekretär des Zentralkomitees der Deutschen Demokratischen Republik. Der Vorsitzende des FDGB-Bundesvorstandes, Harry Tisch, eröffnet die Maikundgebung. Diese 40 Jahre Deutsche Demokratische Republik verkörpern einen Prozess des Werdens und Wachsens. Aus den Trümmern des Zweiten Weltkrieges wurde ein blühendes Land. In der ganzen Republik bekunden wir heute den gemeinsamen Willen, alles in unseren Kräften Stehende zu tun, damit in unserem Vaterland die Werte, die Lebenskraft und die Attraktivität des Sozialismus für jedermann noch deutlich spürbarer wird. Mit Schöpfertum und Initiative verwirklichen wir die Beschlüsse des 11. Parteitages der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands. Im sozialistischen Wettbewerb ringen wir um die Erfüllung und gezielte Überbietung der ansprachvollen Planaufgaben dieses Jahres. So führen wir den bewährten Kurs der Einheit von Wirtschafts- und Sozialpolitik fort. Zu diesem Kurs gibt es für uns keine Alternative. Er erweist sich mit seinen Ergebnissen als ein eindrucksvolles Markenzeichen des Sozialismus in den Farben der Deutschen Demokratischen Republik. Das Programm der SED weist uns in den Stürmen der Zeit wie ein Kompass den richtigen Weg. In welchem Tempo wir auf ihm vorankommen, wird von der Ergiebigkeit unseres gemeinsamen Wirkens bestimmt. So wie wir arbeiten, können wir leben. In 40 Jahren entstand in der DDR eine Gesellschaftsordnung mit wahrhaft menschlichem Anlitz. Daran können auch jene nichts ändern, die ihre Angriffe gegen die politische Stabilität und Ausstrahlungskraft unserer Republik richten. Den Verfechtern von Hochrüstung, Waffenmodernisierung muss ein entschiedenes Nein entgegengesetzt werden. An diesem Maitag bekunden wir in unserem Kampf die Verbundenheit mit den Bruderparteien, mit den Werktätigen aller sozialistischen Länder. Kampfesgrüße übermitteln wir den kommunistischen und Arbeiterparteien in der Welt. Wir grüßen die Völker Afrikas, Asiens und Lateinamerikas. Es lebe der proletarische Internationalismus. Es lebe der 1. Mai 1989. Und dann noch dieser besondere Gruß der Jüngsten. Über 700.000 kommen heute hierher in die traditionsreiche Karl-Marx-Allee, bekunden in diesem für die DDR so geschichtsreichen Jahr ihre Verbundenheit mit einer Politik, die sich in der Praxis bewährt hat. An der Spitze des Demonstrationszuges die Bauleute der Hauptstadt. Ihr Ziel im Jahr des 40. Republikjubiläums, 31.000 Wohnungen sollen neu gebaut beziehungsweise modernisiert werden. An ihrer Seite Werktätige aus allen Stadtbezirken. Also desired werden die perfectenüre. Saaral-Pluzieren, 31.000 Wohnungen, 30.000 Wohnungen, 36.000 Wohnungen, 32.000 Wohnungen, 37.000 Wohnungen. Abrüstung ist ein weiteres Thema dieser Manifestation, die am Ende viereinhalb Stunden dauern wird und vom DDR-Fernsehen direkt übertragen wurde. Erst drei Tage ist es her, da die DDR einseitig und unabhängig von Verhandlungen mit ihrem angekündigten Truppenabzug begann. Aber auch dies macht der Demonstrationszug deutlich. Die DDR kennt ihr Maß, das zur eigenen Sicherheit notwendig ist. Bilder, die an diesem herrlichen Maisonnentag den Charakter der Demonstration prägen. Bereits in sechs Tagen wird es einen weiteren Höhepunkt geben, die Wahlen zu den kommunalen Volksvertretungen. Ausländische Bürger, die in der DDR leben und arbeiten, verleihen dem Demonstrationszug ein Stück Exotik. Schauspieler, Regisseure, Theaterleute und viele Kulturschaffende Berlin sind gekommen. Zahlreiche Städten für Kunst und Bildung, die es vor wenigen Jahren noch nicht gab, bereichern nun das geistige Leben der Hauptstadt. Musik In einer eigenen Formation, auch das ist traditionell, demonstriert die junge Generation. Lebensfreude und Zukunftsgewissheit prägen das farbenfrohe Bild in der Karl-Marx-Allee, als Jung- und Thälmann-Pioniere vorbeiziehen. Musik Keine 14 Tage werden mehr vergehen, bis die Jugend unseres Landes zum Pfingsttreffen der FDJ in Berlin zusammenkommt. Der Feier des Verbandes zum 40. Jahrestag unserer Republik. Musik Feste der Jugend waren auch immer Höhepunkte im Sport. Und so werden junge Sportler die Kampfdemonstration und die Revue im Stadion der Weltjugend Mitte Mai mit eindrucksvollen Bildern beleben. Musik Stolz auf 40 Jahre DDR. Arbeit und Bildung für alle, ein Leben in sozialer Sicherheit, eine kinderfreundliche Familienpolitik, ein Wohnungsbauprogramm, wie es in keinem anderen Land der Welt existiert. Musik 40 Jahre DDR, das heißt auch, wir haben noch viel mit uns vor. Die Berliner Industrie will dabei mit vorangehen, kommt zu dieser Mai-Demonstration mit einer anteiligen Planerfüllung von über 33%. Musik Die Betriebe der Hauptstadt übernehmen zum 12. Parteitag der SED über 180 Rationalisierungsvorhaben. Musik Musik Jeder Stadtbezirk wartet heute mit seinen Kandidaten zur Kommunalwahl auf. Musik 546 junge Leute sind unter ihnen, die das Mandat der FDJ tragen. Musik Musik Vielfältig, vielgestaltig ist das Bekenntnis zur antiimperialistischen Solidarität in diesem Demonstrationszug. Musik 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 Die Stifte tun sich, es ist eine Kraft, als hätten sie alles alleine gemacht. Neue Häuser überall. Die Berliner Wohnungsbauer errichten sie in diesem Jahr vor allem in Berlins jüngstem Stadtbezirk Hellersdorf. Die Berliner Wohnungsbauer errichten sie in diesem Jahr vor allem in Berlins jüngstem Stadtbezirk. Vor zwei Jahren erst wurde dieser Stadtbezirk gegründet. Heute fühlen sich hier bereits mehr als 85.000 Menschen wohl. Abordnungen der Kampfgruppen aus Berliner Betrieben beschließen traditionell diese Stunden. Musik Manche sind dabei, die bereits am 13. August 1961 diese Uniform trugen. Was damals wurde, ist bekannt. Und bekannt ist auch, dass Europa seit diesem 13. August trotz manch inszenierter Spannungsmacherei ruhiger leben konnte, dass sich die europäischen Beziehungen auf souveräner Basis entwickelten. Musik Die DDR wird sich auch weiterhin für jede ehrliche Abrüstungsvereinbarung einsetzen. Aber sie wird es auch weiterhin verstehen, zu jeder Zeit ihre sozialistischen Errungenschaften zu verteidigen. Musik 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 Auch in den Bezirken der Republik bekundeten heute Millionen Bürger ihren Willen, mit guten Arbeitsleistungen den 40. Jahrestag der Republik vorzubereiten. Musik Unsere Korrespondenten berichten. Musik Im Demonstrationszug in Cottbus die Erbauer des Kraftwerkes Jentschwalde. Mit der Übergabe des 6500 Megawatt Blocks fand im März das größte Investitionsvorhaben der DDR Energiewirtschaft seinen Abschluss. Vorbereitung auf das Festival der Sorbischen Kultur und die Arbeiter für Spiele, die im nächsten Jahr im Kohle- und Energiebezirk stattfinden werden. Dresdens Handwerke verpflichten sich zu zusätzlichen Dienstleistungen für die Bevölkerung. Ein Begriff für das Forschungszentrum der Mikroelektronik ist der 1 Megabit Schaltkreis. Jetzt haben die Forscher noch höhere Aufgaben im Visier. Erfurt, Zentrum des Gartenbaus und der Mikroelektronik. In der jüngsten Schipfabrik beginnt noch in diesem Jahr die Produktion des 16-Bit-Mikroprozessors. Seine Leistung 2,5 Rechenoperationen pro Sekunde. Zwei Schlagzeilen aus Frankfurt-Oder. 319 fertiggestellte Wohnungen in der Innenstadt. Und bis Jahresfrist zusätzlich 10 Millionen Schaltkreise aus dem Halbleiterwerk. Zur Zeit liegt man dort im Plan, tut etwas dafür den Ruf als verlässlicher Partner der Mikroelektronik zu halten. Gutes Klima für Familien. So die Mai-Botschaft aus Gera. 150.000 neue bzw. modernisierte Wohnungen stehen dafür. Seit 1971 hat sich die Zahl der Kindergarten- und Krippenplätze verdoppelt. Tatsachen, die in ausgesprochenen Frauenbetrieben besonders gut ankommen. Festlicher Demonstrationsauftakt in Halle. In zwei Wochen sind sie in Berlin dabei. 3.000 FDJler des Bezirkes delegiert zum Pfingsttreffen der FDJ. Zeit zur Initiativen des Jahrgangs 89 sind hier gefragt. In der Aktion Max braucht Schrott haben die FDJler im Republikmaßstab die Nase vorn. Teilnehmer am Pfingsttreffen eröffnen die Demonstration in Karmarkstadt. Unter ihnen Studenten und Absolventen der Technischen Universität. Sie verweisen auf eine solide, praxisverbundene Ausbildung. Davon zeugen 18 Koordinierungs- und 180 Leistungsverträge mit Betrieben und Kombinaten. Einer der Praxispartner, das Werkzeugkombinat Fritz Heckert. Auf erfüllte Produktions- und Exportpläne verweisen die Werktätigen des Leipziger Stammbetriebes von TAKRA. Internationalität und Solidarität. Studenten und Absolventen des Herder-Instituts im Mai-Zug der Leipziger Werktätigen. Die Schwermaschinenbauer bestimmen das Bild in Magdeburg. Mit einem speziellen Kombinatsbetrieb demonstriert das Ernst-Hilmann-Werk die enge Verknüpfung von Wissenschaft und Produktion. Mehr als 3000 Ärzte bildete die medizinische Akademie bisher aus. Sie hat außerdem einen guten Ruf als Zentrum der Neurobiologie und der Hirnforschung. Neubrandenburg typisch, das bäuerliche Kolorit im Agrarbezirk. Neubrandenburg ungewohnt, Spitzenkönner aus den Stadien der Welt im Demonstrationszug. Sigrun Burdas, Olympiasiegerin von Seoul inmitten ihrer Neubrandenburger Klubkameraden. Nicht nur optisch gesehen sind sie ein reizvoller Mittelpunkt des Zuges rund um das Potsdamer Kalibknechtforum. Die Obstbauern aus Werder. Ihr Wollen, mehr Obst und Gemüse auf den Ladentisch. Potsdams Lehrer bleiben ihrem Ruf treu. Sie kündigen wissenschaftlich fundierte Beiträge zum Pädagogischen Kongress an. Die Architektur ist unverkennbar, 1. Mai in Rostow. Hohe Fangergebnisse bei niedrigen Kosten, dazu bekennen sich die Hochseefischer. Plantreue beim Schiffsbau, das ist das Ziel der Werftarbeiter. Denn siebenmal soll in diesem Jahr ein Schiff vom Stadion laufen. Schwerin als Industriestadt. Plastverarbeitungsmaschinen, technische und andere Konsumgüter dokumentieren den industriellen Aufschwung ebenso, wie die Erzeugnisse des Clement-Gottwald-Werkes. Im Demonstrationszug vietnamesische Werktätige. Sie äußern ihre Zustimmung zum kommunalen Wahlrecht für ausländische Bürger. Mai-Demonstration in Suhl. Mit erfüllten Plänen gehen die Werktätigen des südlichsten Bezirkes zur Wahl. 35 Reviere betreuen die Forstarbeiter des Bezirkes. Vier Jahrzehnte Zweiradproduktion in Suhl. Das Fahrzeug- und Jagdwaffenwerk Ernst Thälmann präsentiert Oldtimer und neueste Erzeugnisse von der AWO über Simson-Mopeds, Roller, Mo-Kicks bis zur Enduro-Geländemaschine. Im Ausland standen die vielfältigen Kundgebungen zum 1. Mai ganz im Zeichen des Kampfes für Frieden, Abrüstung und sozialen Fortschritt. Mit dem 10. Glockenschlag vom Spassky-Turm begann die Demonstration auf dem Roten Platz. Auf der Ehrentribüne der Generalsekretär des ZK der KPDSU und Vorsitzende des Präsidiums des Obersten Sowjets, Michael Gorbatschow und weitere Mitglieder der Partei- und Staatsführung. Auf Transparenten berichteten Arbeitskollektive aus den 32 Stadtbezirken über die erfolgreiche Bilanz ihrer Arbeit. Hier in Moskau, wo im vergangenen Jahr der INF-Vertrag unterzeichnet wurde, immer wieder die Forderung, den Kampf für weitere Abrüstungsschritte zu verstärken. Zum ersten Mal wieder seit 16 Jahren war der Prager Wenzelsplatz Kundgebungsort für 250.000 Bürger der GSSR-Hauptstadt. In seiner Ansprache bekräftigte der Generalsekretär des ZK der KPDSU, Milošiakis, den Willen, die Zusammenarbeit mit den sozialistischen Ländern weiter auszubauen. Mit großen Erwartungen sieht man deshalb hier dem bevorstehenden Besuch Erich Honeckers entgegen. In Warschau versammelten sich am Vormittag Zehntausende zur Maik-Kundgebung auf dem Platz des Sieges. Wojciech Jaruzelski, erster Sekretär des ZK der PVAP, erinnerte an die rund 6 Millionen Opfer des Hitlerfaschistischen Überfalls und forderte dazu auf, das sozialistische Polen durch gute Arbeit zu stärken. 800.000 in Havanna am Denkmal José Martí, unter ihnen Fidel Castro, Generalsekretär des ZK der KP Kubas. Eine Demonstration unter der Losung, ewige Treue den Prinzipien des Sozialismus für ein starkes und unabhängiges Kuba. Für weitere Abwüstungsschritte gegen Sozialabbau und Neonazismus demonstrierten Hunderttausende Werktätige der BRD auf über 700 Maik-Kundgebungen. In Recklinghausen forderte DGB-Vorsitzender Ernst Breit konkrete Schritte zum Abbau der Massenarbeitslosigkeit. Die Einwohner Ulan-Bathurs feierten auf dem zentralen Suche-Bathur-Platz. Hier berichteten Werktätige dem Generalsekretär des ZK der MRVP, Chambin Badmung, über ihre Arbeit zur Erfüllung der Pläne. In Paris hatte der größte Gewerkschaftsbund CGT zu einem Marsch auf die Bastille aufgerufen. Für die Ideale der französischen Revolution, Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit, gelte es auch heute unter veränderten Bedingungen zu kämpfen. Soweit unsere Berichte von den Mai-Manifestationen in aller Welt. Weitere Nachrichten. Nicaraguas Präsident Daniel Ortega ist heute während seines dreitägigen Griechenland-Besuchs mit Ministerpräsident Andreas Papandreou zusammengetroffen. Dabei erklärte der Regierungschef, Griechenland unterstütze die Ziele der sandinistischen Revolution. Nach seiner Ankunft hatte Daniel Ortega die Helden des Befreiungskampfes geehrt. Anschließend traf er mit Präsident Sarcetakis zusammen. Über seine Gespräche in Athen will Ortega morgen die Presse informieren, bevor er sich nach Italien begibt. Zuvor wallte der nicaraguanische Staatsmann in Frankreich, Belgien, Spanien, Norwegen und Schweden. Eine Arbeiterdemonstration in Istanbul ist heute von der Polizei mit brutalen Mitteln zerschlagen worden. Seit 1977 waren die Werktätigen hier zum ersten Mal wieder auf die Straße gegangen, um gegen das Demonstrationsverbot am ersten Mai zu protestieren und soziale Verbesserungen einzufordern. Nach den Schlagstockattacken griffen die Beamten zu ihren Schusswaffen. Dabei gab es einen Toten und mindestens zwölf Schwerverletzte. Noch einmal zurück zum ersten Mai. Überall in den Städten und Gemeinden der Republik klang der heutige Tag mit bunten Veranstaltungen aus. Zwischen Alex und Janowitzbrücke, zwischen Weltzeituhr und Fernsehturm erlebten heute tausende Schaulustige ein Volksfest mit Musik und Tanz, Theater und Literatur. Aber auch das gehörte zum ersten Mai 1989. Die Berliner kamen in die Straße unter den Linden, um beim großen Wachaufzug der nationalen Volksarmee dabei zu sein. Zum Abschluss unserer Sendung, die Wetteraussichten. Nachts klar, 4 bis 0 Grad, Bodenfrostgefahr. Morgen heiter, teils wolkig, niederschlagsfrei, Höchsttemperaturen 14 bis 20 Grad. Meine Damen und Herren, die aktuelle Kamera meldet sich wieder im ersten Programm um 23.10 Uhr. Und im zweiten Programm um 21.30 Uhr. Bis zum nächsten Mal. Yeti. Vielen Dank.